so vorne ist alles ab kein bonus, kein bonus, kein bonus, kein bonus den muss ich aber definitiv noch fertig machen du gehst ja auch, denk gleich was nein, gleich noch nicht Türen? der will ne Tür haben oh ne, den muss ich mal nehmen halt nehmen wir aufmachen, war schon richtig ja, der hat echt den Motor hinten drin nein, nicht schon wieder Katalysator fällt grad auf, dass ich da hinten gar nichts hätte abbauen müssen bei mir ist schon wieder der Katalysator kaputt, der ist ganz unten drin nee, der Katalysator war ja Motor das war der ich komm jetzt grad nicht drauf, wie das eigentlich ist so, das ist das Simpelste das soll ihm jetzt leicht ausbauen hier in dem Spiel ein bisschen unlogisch da man das ja vorher was anderes ausbauen muss was wahrscheinlich Schwachsinn ist aber viele Tiefe brauche ich doch nicht messen gut, hier brauche ich auch nichts weiter ausbauen das sieht auch noch alles top hier aus obwohl, ich könnte mal gucken wie das mit den Dings aussieht da unten ist was kaputt da ist einer Auspuff Dings 6, 67 oh genau der Grenze wieder da den Bau vor der Tür rechts okay was damit muss ich das scheinbar dann machen da hat sogar Motorraum also wieder von oben okay Ich hoffe so sehr, dass ich nicht in den Motor rein muss, aber ein Luftfilterdeckel der sieht verkalkt aus also wie viel Prozent kann ich dann überhaupt bis 55 68 passt mit dem Bremsen lauter Auspuff ein Problem mit dem Bremsen aber das Problem mit dem Bremsen ist ja leicht ich brauche wenigstens nicht in den Motor rein so, hinten ist fertig Achselenker V.A. Typ A Oh, hier ist viel kaputt Reifen müssen auf jeden Fall alle ab Oh ja, der Bremser ist wahrscheinlich bei unter 10% Drei kann doch gar nicht mehr bremsen Querlenker unten Typer lauter Auspuff, dann fahre ich nochmal kurz hoch Gummibox 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 5,50% Stabilisator Bremsscheibe brauche ich hier jetzt neu, die sind kaputt. Bremsscheibe. Machen wir die schon mal die Bremskraftverstärker kaputt? Weil das hab ich bis jetzt noch nicht. Nein, hab ich auch noch nicht. Katalysator. Katalysator. Ich krieg wieder ne schlechtere Bremsscheibe, wie vorher drauf war. Schlingel. Sparfuchs. Kleiner Sparfuchs. Nein, 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 wieder ab, wieder ab, wieder ab, wieder ab. Bremsbeläge brauche ich neu. Bremsbeläge. Ich will mal kurz auf I. Geht noch nicht. Achso. Bremssattel brauche ich auch neu. Welcher Stoß denn, wer ist jetzt richtig? Der richtige. Ich wollte schon lange keine Leute mehr Felgen haben. Das finde ich ganz bisschen schade. Immer die gleichen Felgen. Jetzt will ich hier die ganzen Altteile verkaufen. Hab ich schon wieder ne Kiste zum öffnen, dann seht ihr das auch mal. Ja, hier hab ich ne Kiste. Oh, ich hab Helm bekommen. Motorblock und... Moment, der Charger. Wow. Ich hab mein Deutsch schon zusammengebaut. Hier hab ich ne Qualität plus zwei Motorblock bekommen, ne? Für das Auto. Geldprämie. 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 Geldprämie für das Mad Max Auto. Hat doch meiner nicht, oder? Kann ich den anderen da schnell weggeben. Doch der hat auch Geldprämie. Das ist ein Pickup. Ja. Ja. Noch mehr? Ich hab noch zwei Kisten, ne? Ui. Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt vier Kisten hab. So. Ist ja hier wie so ne Lootbox, wa? Tch. Tch. Ernsthaft Bremsen? Lauter Auspuff, Abgas, Krümmer und Flammenrohr. Achso. Kann ich ja jetzt nochmal ran bauen, wenn ich hier nochmal bin. Ne, geht noch nicht. Muss ja erst von oben. Komische andere Dinger und da dran bellen. Abgas, Krümmer, Rot A. Abgas. Achso. Bin direkt drauf mit der Maus. Katschiiii. Oma. Höh. Höh. Jetzt muss ich wieder ernsthaft die Hebebühne für ein Teilen. Muss ich nicht runterfahren. Junge, Junge, Junge. Schwungrechnung kommt wieder zu dir, ne? Hm. Flammenrohr, Rot A. Flammenrohr, Rot A. Achja, jetzt die ganze Karosserie. Ich hab das noch nie gemacht mit Karosserie. Hast du schon mal Karosserie repariert? Beim Auto? Ist das echt? Ja. Oder hier? Ne, jetzt hier. Ne, noch nicht. Oder beides. Weiß ich nicht. Nicht nur mit dem Stapler durch die Frontscheibe durch. Weißt du noch das Video, ne? Ja. Das war geil. Er hat es mir gesagt, ich muss das Handy hinpacken und aufnehmen. So. Vordere Tür rechts. Was ist da mit? Kann ich da auch auspullen oder so? Gefundene defekte Teile. Spurstammeln. Ah. Ach. Ach. Die Montage. Ich muss jetzt hier reparieren auf dem Tisch. Auf der Werkbank. Oh. Nö. Nö. Ah. Nö. Lass es lieber. Die können auch direkt kaputt gehen. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ich hiermit machen soll. Mit der Tür. Ich habe die Tür jetzt abgebaut und... Jo. Guck doch unter... Ähm... Karosserie und sowas. Gibt es da auch den Dings? Wie jetzt unter Karosserie? Es gibt auch so ein Karosserie-Dings doch nicht. Ja, aber das habe ich ja noch nicht. Das muss ja... Ich müsste schon eigentlich alles haben. Hm. Wenn ich hier den Auftrag kriege, muss ich das doch auch schon haben. Könner aus meins. Der Werk hat meine zweite Hebebühne. Ne, zweite Hebebühne nicht. Das ist mir jetzt erstmal egal. 66. Erst da ich nicht mehr inbauen. Wie mache ich die Tür denn jetzt heile? Scheiße. Hier drüben nicht. Ne, das ist halt nur so ein Prüfstand. Scheiße. Koppelstange. Sorry. Ja, gut. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich muss die Tür bestimmt neu kaufen, wa? Wahrscheinlich. Reifen-Tuning-Teile. Reifen-Tuning-Teile? Karosserie-Tuning... Nee, Tuning nicht. Verhindenersatzzeile. Karosserie-Teile einfach. Oh. Oh. Oh Gott sei. Ist jetzt aufgehangen. Okay. Da muss ich jetzt direkt gucken wie das hat. Oh. Ich speichere mal kurz ab. Das ist grad hängen geblieben kurz das Spiel. So. Alles fertig. Gummibox. Wie heißen die Tür? Wollen wir jetzt hier? Matze Erxin vordere Tür rechts. Achso. Tablet. Oh. Was da? Oh. Oh. Ist die Tür teuer. Boah ist die Tür teuer. 380 Geld. Pfff. 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 Äh? Die große Liste hab ich abgearbeitet. Die hat darunter auch. Die da drüber auch. Die noch nicht. Ich hab jetzt ne neue Tür gekauft aber irgendwie. Pfff. 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 Scheiße, hab ich eine falsche Tür gekauft. Naja, gut. Hä? Ist das wieder ein RX-7? Was hab ich denn jetzt für ein Auto hier vor mir? Hier ist doch ein RX-7. Ey, weh nicht. Dann weiß ich auch nicht weiter. Geht doch. Ah, ich kann die nicht lackieren. Oh, Pech. Wie sieht denn das aus hier mit den Scheiben? Will er die auch neu? Windschutzscheibe und Heckscheibe auf jeden Fall. Auch ein Spiegel. Rechts. Das will er neu? Das will er neu. Das will er neu. Windschutzscheibe. Äh. Achso, ich kann auch hochscrollen. Okay. Spiegel rechts und links will er neu. Okay. Das sieht natürlich komplett bescheuert aus, weil es grau ist und keine Farbe hat, aber... bin ich nicht blöd. Ich brauche schon mal nicht ans Getriebe ran. Ich hab jetzt alles fürs Getriebe vorbei. Warum? Ach, da hält Klappe. So, was will er denn noch neu? Stoßstange hinten. Rücklicht links. Die Preise gehen sogar von der Stoßstange. Das ist sogar echt. Was ist mit der Ascheloch noch? Ach, Seitenscheibe vorne links. Mist, ich hab einen Spiegel rangebaut. Der Spiegel wieder ab. Seitenscheibe links. So. Einnahme 5571 nur. Was? desc 18